Habe ich es eigentlich immer noch drauf? Ciao meine Damen und Herren, früher, mittlerweile ist es echt lange her, habe ich ja immer solche Wargames gemacht und die dann in den Hintergrund gesetzt, von irgendwelchen Labereien und da habe ich ja meistens, wenn nicht sogar immer, gewonnen. Also in denen, die ich dann benutzt habe. Jetzt frage ich mich selbst, habe ich das noch drauf? Kriege ich nochmal so einen leckeren Arms Race hin? Am besten direkt live. Einfach nur mitzubeweisen, hey, du bist zwar alt, aber du hast es halt immer noch drauf. Ja, ich lade gerade noch was hoch, deswegen habe ich hier den Pingerich. Ich behalte die Jacke direkt an. Hallo, kann ich wieder ins Spiel bitte? Oh, die haben schon angefangen ohne mich? Fucking Koks. Hallo. Headshot sitzt, Allah. Was ist? Oh yeah. Ne, ne, ne. Lex, stopp, es zählt nicht, ich hab Lex. Wo ist mein Ping? 58 ist doch vollkommen in Ordnung, Allah. Mit dem 8,50er Ping habe ich früher Erdbeeren gepflückt. Ja, still da im. Also. Komm, Bubbler rennen, jetzt musst du dich wirklich beeilen auf... Oh ja, we're in Hoysteaks, shit. Die Jugend schaut mir zu, der alte Mann, der kann doch nicht mehr gerade ausschießen. Das glaube ich auch. Wow. Kein guter Kill, aber es war ein Kill und das war ein Bot. Upload, mach doch... Uh, mach dich jetzt ab. Ich hab noch was auf Google Drive, das ich grad hochlade. Oh. Das muss noch kurz zu Ende laden. Kann ich dich ganz kurz... Ach, David, auf, jetzt mach doch mit. Ich hab die natürlich nicht gekauft, die Gegner. Ja, komm her. Du Sau, gehst einfach zurück. David, du bist echt mein Erstfeind, weißt du das? Scheiße, oder was, Leute? Oh. Nein. Ich hab mir doch nicht die Kills. Boah, mit P90 auf Long Range hab ich halt immer noch drauf, ne? Ach, komm jetzt. Geh mal zur Seite. Ihr Affe Zippel. Na also, na also, alles gut. Oh. Alles Chili, Vanilli. Danke, Afkala, du bist großzügig. Oh, shit. Drei. Also, noch kann ich mithalten. Hm, ist ja hochgelaufen. Man darf sich halt nicht lange verkacken, sonst bist du echt angeschissen. Wenn du da großartig lange brauchst, ne? Ne, ne. Kannst du der Hase gäbe dann direkt. Oh, ne, ne, ne. Gegner? Oh. Ich war grad ein bisschen verwirrt. Bist der eine schon mit dem Revolver? Scheiße. Okay, okay, ich bin auch mit dem Revolver, alles gut. Yeah, boi, erster. Aber ob ich das Knife später hinbekomme, das ist ja das, woran ich doch öfter mal scheitere. Aber darauf kommt... Sag mal, sind das irgendwie zu wenig? Wo sind denn die Gegner? Ach, scheiße. Wenn du sie brauchst, sind sie nicht da. Und wenn du sie nicht brauchst, dann sind sie da. Da, guck, ich sag's doch. Dich hab ich nicht gebraucht. Fockel. Mhm, mhm. Mhm. Oh, shit. Gegen AWP gefailt. Da oben rennen sie doch wieder durch. Geh weg, mate. Geh weg, geh weg. Ach, Mann. Uh, da ist einer. Ah. Boah, okay, okay. Ach, das sind doch die größten Schisshasen, Mann. Komm jetzt ran. Jetzt hilft dein Mate. Noch bin ich vorne. Hm. Ich musste schon abdanken von meinem ersten Platz, ich hab's eben gehört. Alter, was ist mit dir los? Ach, du Pimmelpimpf. Der war doch low, die Sau. Nein, 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 Corona, geh weg. Oh, oh. Oh, nicht zu zweit, nicht zu zweit. Oh, na, also, danke. Danke, danke, alles gut, alles gut. Och, komm, das ist doch ein Scherz. Da holt ihr mit den weg. Mir fehlt's hier eindeutig an Gegnern. Ich lauf ewig lange rum. Jetzt ist doch oben links einer. Oh, scheiß, die Wand. Hallo? Stopp, bleib bitte stehen. Ist das so dumm, ist das so dumm? Komm, geh weg, das ist meiner. Nein, Joseph. Oh, Mann, der hat schon das Knife. Der Bisser. Oh, komm her. Ja? Komm, eine noch, eine noch. Jetzt kommt nochmal Close-Rank, ihr Schweine. Oh, das ist... Ich hänge wieder an der Pump, bis ich gleich verloren hab. Komm. Nein, so. Weg da. So seid ihr, Schweine. Oh, Mann, ich bin zu fett. What? Nee, nee. Das hat er nicht... Das hab ich nicht verdient. Das hab ich nicht verdient, dass ich da jetzt gekillt werde. Absolutely not. Oh. Ach, scheiße, oder? So eine Rotte, das ist der kleine Pisser, ne? Fuck mit dir! Also, ich würd sagen, der elbütige Pfade hat's noch drauf. Shit, meine Frau, mein Kind pennst du und ich... Boah. Also, wenn das nicht einfach zu einfach war, dann weiß ich auch nicht. Und das war Shroud, ne? Na ja. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine rickenfettne Mutter auf die Instagram-Messe. What?